Willkommen beim Gartenhaus Juha. Juha ist 4 Meter breit und 3 Meter tief, hat eine Holzstärke von 28 Millimetern und hat eine wunderschöne Front. Das Gartenhaus Juha ist eine wunderschöne Lösung zur Aufbewahrung von Gerätematerialien oder auch zum Sitzen, zum Kartenspielen mit einer kleinen Gruppe. Wir haben hier Kunststofffundamentbalken verbaut, die Sie auch bei uns als Zusatzoption erwerben können. Untertitelung des ZDF, 2020